ach guck mal joki joke captain energie ich wollte gerade sagen ich bin zu blöd solche probleme hatten wir doch bei bei dings kaum gehabt oder bei bei Jurassic World okay wir müssen hier mehrere sachen machen offensichtlich bevor wir die leiter hoch gehen machen wir erstmal geben wir erstmal noch mal energie drauf alter geh weg der harley da schießt jemand auf uns kannst du mal bitte ich finde es wundervoll wie du mich beschützt harley wie finde ich das hier kaputt da schießt schon wieder jemand auf mich harley bitte tun sie einen doppelsprung vielen dank harley wieso sieht sich dich eigentlich ich bin doch die besten kumpels ich brauche ja aber den joker der tod steht ihr gut ich habe verkehrt was zu tun oder kann da drüben was bauen oder 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 ja nein was da bitte kommen sie rüber herr joker es ist sehr nett dass sie hier vorbeischauen nur diese aufdringlichen bullen haben wir keinen donut shop wo sie sich unterhalten können ist ja äh hallo hallo kannst du mal bitte wieder hochkommen ne kannst du nicht mach's gut feuerbart und danke fürs vorbeischauen und genieße den feierabend ich hoffe du hast wochenende fett mir grad so auf ach wie komme ich denn da rüber jetzt sterbe ich ständig weil ich da rein will nein das ist alles viel zu knapp bemessen tut mir leid ich möchte nämlich einfach kommt man nicht darüber doch man muss ja darüber kommen alle jetzt jetzt sie küssen sich das ist nicht witzig ich möchte mich gerade verheilbern alle bleib doch da bleib da stehen bleib da stehen bleib da stehen nicht bewegen nicht bewegen offensichtlich ist das nicht für mich bestimmt ich darf das nicht benutzen man kann ja auch am rand lang gehen knurke man muss nicht tausendmal in den tod springen knurke ich bin sporty as fuck einem spice harley spice harley ich weiß aber nicht was ich damit anfangen soll hier ok was ist das da was ist das was ist das was hängt da jetzt runter als was ist das was mache ich da jetzt Es ist schön, dass ich das gebaut habe. Aber ich weiß nicht, wofür das ist. Hä? Oh, du musst Harley einen Doppelsprung machen. Natürlich, wenn sie da in der Luft erschossen wird. Aber ich weiß nicht, der Polizist war genauso doof. Ach, das war noch nicht fertig. Ich dachte, man muss sich da dranhängen. Oh. Also manchmal... Manchmal ist der Knocke auch doof, oder? Aber das stellt er sich immer so an. Das ist das Finale. Was sollen wir jetzt hier noch machen? Ich werde jetzt aber eh verloren. Also... Super Williams können wir jetzt nicht mehr werden. Du solltest eigentlich auf... Was? Ja, Joker. Da ist total verwinkelt. Wie komme ich denn hier rum? Ein Hebel-Schalter-System. Dingsbums. Ich komme mit der Sichtweise nicht klar. Das ist vielleicht doof, aber das ist halt doof. Ich kann ja auf engsten Raum was bauen. Ja. Okay. Warum sollte Joker hier hochkommen wollen? Ah, komm. Jetzt stell dich mal nicht so an, ja? Na. Hallo? Okay. Lass mich in Ruhe. Das Spiel mag mich nicht. Egal was ich mache, es funktioniert nicht. So, was gibt's hier unten? Hier kommt doch keine Sau hoch. Auf zu lachen. Jetzt willst du mir jetzt hin, dass du hier nicht hochkommst, doch. Ich wollte gerade sagen. Da drüben kommst du hoch und hier nicht. Ich bin gerade völlig überfordert. Ich bin gerade nicht überfordert, aber irgendwie gehen mir gerade die Ideen aus. Wir haben das. Wieso kommt sie jetzt? Vorhin ist sie nicht dahin gesprungen. Was soll denn das? Ist das random? Ich habe meine Tage, heute komme ich nicht. Dafür komme ich morgen. Gibt's ja wohl nicht. Blöde Kuh. Ich muss das Ding da runterkriegen. Mit der Sprungtaste natürlich. Wäre es ganz gut, wenn man die auch benutzt. Hier ist die Wand. Das ist gut. Sind wir heute wieder doof? Joker, sind wir heute wieder doof? Mit der Sprungtaste. alles alles gut alles gut ganz ruhig der geht aber auch nicht drauf drauf du blödmann was mache ich denn schon wieder falsch na 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 endlich und jetzt geh rüber das los eines einzelspielers ja natürlich gehst du runter natürlich wieso springst du denn dann da nicht hoch du blöde zickel sind die er haben die alle bäder aus dem selben reagent glas getrunken das kann ja wohl nicht wahr sein so 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 Läppter also manchmal könntest du ne also manchmal es ist manchmal echt manchmal ist echt Hühnersuppe es ist es ist es ist es ist es ist es Oh! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wir sind doch fertig, oder? Ja, 3, 4 oder 4, 4 minus. Okidoki, damit haben wir tatsächlich Batman 1 erfolgreich abgeschlossen, mit 50,4%. Ich glaube, das spiegelt so auch meine Kompetenz wider.